Wir sind heute noch einmal im Sust-Tierheim in Galazina Rumänien und das ist mein Lieblingsbüsi. Ich habe es schnurrlicht, weil sie schnurrlicht wahnsinnig laut und sie ist eine Sau frech. Wir putzen heute den ganzen Tag. Dazu suchen wir noch neue Spendegelder für eine neue Babystation, weil obwohl wir erfolgreich Kastrationen durchführen können, haben wir immer so junge Büsi wie die, die ausgesetzt werden und wir sind sehr, sehr tachbar für Spenden. Gell, Schnurrli?